Ja, hallo, ich heiße Komlan, ich komme aus Togo und studiere derzeit an der Universität Konstanz, Europa-Studies. Ja, aus allen Bereichen kam eine Hilfe, bzw. von der International Office, auch von dem Leitungsteam. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und sie haben mich sehr unterstützt. Also mit den Visumsfragen war ja auch keine große Hürde für mich, da ich schon in Deutschland bin. Und von daher war auch eine sehr große Hilfe von großer Bedeutung. Ja, klar, ich würde das nochmal tun. Das ist eine sehr hilfreiche Erfahrung und das würde ich nochmal fürdauern. Ja und nein, da wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie sind, ist es ein bisschen schwierig, an die Uni zu kommen. Und genau, aber ich wohne auch außerhalb von Konstanz deswegen. Wäre das anders, würde mich vorstellen, leichter Kontakte zu finden. Der Umgang mit den Dozentinnen und Dozenten, die Art und Weise, wie sie auch leicht zu erreichen sind, das macht den Studiengang bisher noch besonderer. Der Studiengang Europastudien in Konstanz ist sehr interdisziplinär und fächerübergreifend. Deswegen wollte ich unbedingt hier studieren. Ja, ich komme mit einem germanistischen Hintergrund, aber wollte eher interdisziplinär studieren. Deshalb habe ich mich für Europastudien in Konstanz unterschieden. Ich belege zurzeit Seminare im Bereich Geschichte und literaturwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Methoden. Der Studiengang ist hier breit gefächert. Das heißt, man hat die Möglichkeit in allen Bereichen reinzuschnuppern und seine Ideen, seine Gedanken auch weiter zu verziefen. Das ist ein sehr interessanter Studiengang. Den würde ich nochmal machen, wenn es darauf käme. Und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.